Ich stand so... Irgendwie war deine Schutztruppenausbildung doch keine so gute Idee. Was ist das, was du an dich hast? Ich bin ein Verwalt zu nehmen, aber ich habe mich gefeiert. Ich versuche dir die Schutztruppe zu nehmen. Ich habe mich gefeiert. Ich bin ein Verwalt zu nehmen. Das ist das, was du an der RäNHLF-KAN-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G! Weißt du, wie man ausgelöscht wird? Das ist etwas kraftlos. Wie wär's, wenn du dir ein bisschen Nanotech suchst? Du Schwächling. Überleg doch mal. Können wirst du nicht so versessen darauf? Das Groovy-Tron geht auf mich. Captain, du musst aufhören. Dr. Nefarius versucht, das System zu vernichten. Ich rede nicht mehr mit dir. Du hast mein Leben ruiniert. Du musst Groovy-Tron zerstören. Alles muss so werden, wie es früher war. Ich muss wieder der Held sein. Hier kommt mein kleiner Freund, der Aggressor. Irgendwie war deine Schutztruppen-Ausbildung doch keine so gute Idee. Ärger dich nicht. Schließlich schimpfst du gegen den größten Helden der Galaxie an. Du bist in Zukunft. Wir fangen nicht mit. Ich bin nicht mit. Du bist in Zukunft. Wir fangen nicht mit. Du bist in Zukunft. Wir fangen nicht mit. Das hat überhaupt nicht wehgetan. Ich hab's nicht mal gemerkt. Damit wollte ich dich nur in falscher Sicherheit biegen. Best Das ist Freund der Hammer. Achse SAYING. 20 Prozent. 20 Prozent. 20 Prozent. 20 Prozent. 20 Prozent. taco Du hast gedacht, ich war nicht bereit. Du hast gedacht, ich bist noch zu kommen, du bist noch zu kommen, du bist noch zu kommen, du bist noch zu kommen. Du hast gedacht, ich bin noch zu kommen, du bist noch zu kommen, du bist noch zu kommen, du bist noch zu kommen. Du hast gedacht, ich bin noch zu kommen, du bist noch zu kommen, du bist noch zu kommen, du bist noch zu kommen. Du bist noch zu kommen, du bist noch zu kommen. Käpt'n, du musst aufhören, Dr. Nefarious versucht, das System zu vernichten. Ich rede nicht mehr mit dir, du hast mein Leben ruiniert. Ich rede nicht mehr mit dir, du bist noch zu kommen, du bist noch zu kommen, du bist noch zu kommen. Hier kommt mal keiner von dir, Adressor. Ich rede nicht mehr mit dir, du bist noch zu kommen. Ärger dich nicht. Schließlich spitzst du gegen den größten Helden der Galaxie an. Misika, barge, blah, gibts noch zu kommen, du bist noch zu kommen und du bist noch zu kommen. Das war Absicht. Macht es dramatischer. Sieh dich nur an. Du arbeitest für die schlimmsten Schurken der Galaxie. Ich stecke zu tief drin. Ich muss dich vernichten und das hier durchstehen, damit das Volk von Solana mich wieder liebt. Ja! Schicksalsagenten, Angriff! Das hat überhaupt nicht wehgetan. Ich hab's nicht mal gemerkt. Damit wollte ich dich nur in falscher Sicherheit biegen. Angehen! Ach! Okay, das hat ein bisschen gescheppert. Lassen wir es regnen. Genau so, richtige Helden. Echt jetzt? Die Schutztruppenausbildung war doch keine so gute Idee. Das Groovy-Ton geht auf mich. Käpt'n, du musst aufhören. Doch dein Emparius versucht, das System zu ver- Ich rede nicht mehr mit dir. Du hast mein Leben ruiniert. Bist der Zugang an nichts erledigt werden? Hier kommt mein kleiner Freund, der Aggressor. Oh je, keine Munition mehr. Gleich passiert etwas Unglaubliches. Okay, das hat ein bisschen gescheffert. Bist der Zugang an nichts erledigt werden. Sieh dich nur an! Du arbeitest für die schlimmsten Schopen der Galaxie. Ich stecke zu tief drin. Ich muss dich vernichten und das hier durchstehen, damit das Volk von Solana mich wieder liebt. Schicksalsagenten, Angriff! Das war Absicht. Macht es dramatischer! Du möchtest es dem Feld neu mitzutun! Ah! Damit hab' ich dich voll erwischt! Oh! Wow! Ah! Ah! Damit hab' ich dich voll erwischt! Das ist kein Zuckold! Nein! Nein! Das ist kein Zuckold! Du siehst, dass ich das hindern, oder? Bereit! Oh! 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 Das wird drehen! Oh! 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 Irgendwie war deine Schutztruppenausbildung doch keine so gute Idee! Oh! Der Groovy von geht auf mich! Röpfen! Du musst aufhören! Dr. Nefarius versucht das System zu vernichten! Ich rede nicht mehr mit dir! Du hast mein Leben ruiniert! Oh! Oh! Aggressor! Oh! 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 Okay! Das hat ein bisschen gescheffert! Ich stecke zu tief drin. Ich muss dich vernichten und das hier durchstehen, damit das Volk von Solana mich wieder liebt. Echt jetzt? Aufgepasst? Gleich passiert etwas Unglaubliches. Das war Absicht. Macht es dramatischer. Ja! Ich bin mal nett. Bist du genau so kämpft? Okay, das hat ein bisschen gescheppert. Das ist ein bisschen geschehen. Das ist ein bisschen geschehen. Bist du nicht? Nein! Ja! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Irgendwie war deine Schutztruppenausbildung noch keine so gute Idee. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Du musst aufhören. Dr. Nefarius versucht, das System zu vernichten. Ich rede nicht mehr mit dir. Du hast mein Leben ruiniert. Lassen wir es regnen. Ärger dich nicht. Richtig sitzt du gegen den größten Helden der Galaxie an. Du musst sehr stolz auf dich sein, auf einen Helden zu schießen, wenn er die Augen zu hat. Richtig ist, dass du den größten Helden angriffen kannst. Dein Zufall ist zurück. Mach dich bereit, deinen Ausflug in alle Kärle. Du hast gedacht, mit Mr. Turcum wie er es noch geht. Hach, ha, ha. Jetzt mach dich mit. Das Ruby-Tron geht auf mich. Captain, du musst aufhören. Dr. Nefarius versucht, das System zu vernichten. Ich rede nicht mehr mit dir. Du hast mein Leben ruiniert. Hier kommt mein kleiner Freund. Der hat... Nestor. Voll unfair. Ich war nicht bereit. Mannerschnell her. Fan von Meister Turcum ist mit aller Macht zurück. Ui... ich foren dich Nan vertegen. Mann chính torkuchen sich mit aller Macht zurück. Ui... Es wird etwas kraftlos. Sieh dich nur an! Du arbeitest für die schlimmsten Schurken der Galaxie. Ich stecke zu tief, Schritt. Ich muss dich vernichten und das hier durchstehen, damit das Volk von Solana mich wieder liebt. Oh je, keine Munition mehr. Schicksalsagenten, Angriff! Oh ja, wenn dieser Galaxie will ich, der Held. Ich! Du bist nur ein kleiner, rechtlicher, ungegebenermaßen lebenswürdiger Lombard. Welche handlosen Leute von Solana glauben, lässt das er als Star in... Okay, das hat ein bisschen gescheffert. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Lassen wir's regnen! Dein Zucht ist zum Spiel verabredet. Das Spiel heißt Vernichtung. Ist genau so, Läppchen-Rüchtige-Helden. Ich bin bereit, dass ich das tun muss. Ich will ja nur das Beste für die Galaxie. Du musst sehr stolz auf dich sein, auf einen Helden zu schießen, wenn er die Augen zu hat. Dein Zuckern ist jubelnd. Dein Zuckern schließt sich gern mit anderen. Komm, geht auf dich. Du musst aufhören. Dr. Nefarius versucht, das System zu vernichten. Ich rede nicht mehr mit dir. Du hast mein Leben ruiniert. Hier kommt mein kleiner Freund, der Adressor. Hey, nicht ins Gesicht. Damit verdiene ich mein Geld. Mr. Turgon ist in aller Macht zurück. Jetzt hat das Letztliche vorgeschlagen. Mr. Turgon ist in aller Macht zurück. Jetzt kommt das Letzte Stuttgart. Mr. Turgon ist in aller Macht zurück. Dein Zuckern schließt sich gern mit anderen. Der Tod ist zu. Der Tod ist der Zugang. Okay, das hat ein bisschen gescheppert. Wo warst du den Fellknäuel mitzutun? Sieh dich nur an. Du arbeitest für die schlimmsten Schurken der Galaxie. Ich stecke zu tief drin. Ich muss dich vernichten und das hier durchziehen. Damit das Holz von Solana mich wieder liebt. Erinnerst du dich an, Mr. Turgon. Schicksalsagenten, angriff. Danke, Herr Turgon. Danke, Herr Turgon. Du hast gedacht, mit Mr. Turgon führte es aus. In dieser Galaxie bin ich der Held. Ich? Du bist nur ein kleiner, fälsiger, gegebenermaßen ums würdiger Laubachs, der die arglosen Leute von Solana glauben lässt, dass er ein Star ist. Du musst ja stolz auf dich sein, auf einen Helden zu schießen und zu raten. Ah, damit habe ich dich voll erwischt. Ich beseitige dich und finde für alle eine neue Heimat. Eine bessere Heimat. Dann werde ich wieder ein Held sein. So einen Unsinn wird die Galaxie nicht belohnen. Doch, natürlich. Ich würde ja gern noch plaudern, aber ich muss einen Zwergstern zerstören. Laris, es gibt ein Problem. Der Tariot ist ungekriegt. Er will den Stern zerstören. Ratchet, du musst ihn aufhalten. Wenn der Stern explodiert, geht auch Umriss unter. Und dann wir. Ich, mich, mich. Du hättest du nicht. Du hättest Drak's Gesicht sehen sollen. Ich habe den Dummkopf von A bis Z manipuliert. Und... Ich würde ja gern noch plaudern, aber ich muss einen Zwergstern zerstören. Laris, es gibt ein Problem. Der Tariot ist ungekriegt. Der Tariot ist ungekriegt. Du gewinnst wenig. Du gewinnst wenig. Du gewinnst wenig. Lauf mir nicht nach. Ich würde ja gern noch plaudern, aber ich muss einen Zwergstern zerstören. Laris, es gibt ein Problem. Der Tariot ist ungekriegt. Der Tariot ist ungekriegt. Der Tariot ist ungekriegt. Ratchet, du musst ihn aufhalten. Wenn der Stern explodiert, geht auch Umriss unter. Ja, und dann wir. Du kriegst mich nicht. Du hättest Dracks Gesicht sehen sollen. Ich habe den Dummkopf von A bis Z manipuliert. Und dann in ein Schaf verwandelt. Gib auf, Lombard. Du gewinnst wenig. Lauf mir nicht nach. Warum stirbst du nicht einfach? Wozu die Eile? Ich dachte, du wolltest ein Held sein. Ich kann euch ins Jenseits befördern und es bleibt immer noch genug Zeit zum Evakuieren der Station. Ich habe einen Logenplatz für die Zerstörung. Wunderschön! Was? Künstliche Superlob! Die kam ja, als ich im Gefängnis verraten bin. Direkt! Euren Augen! Hättest du meinen Protonenspalter schon? Ich werde ihn dir persönlich wuffen. Wunderschön! Was? Künstliche Superlob! Die Idee kam ja, als ich im Gefängnis verraten bin. Wie könnte man sie besser? Ich zerstöre sie direkt mit euren Augen! Kennst du meinen Protonenspalter schon? Der dich mir persönlich vorführt. Ja! 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 Ich brauche Nanotech! Du reibst es wirklich aus, was? Wunderschön! Was? Künstliche Superlob! Die Idee kam ja, als ich im Gefängnis verraten bin. Stärkenspalter schon. Und nicht bis zum Zugang ist gelass! Und nicht nur den Parton, der konnte ich mich nicht verraten bin. Jetzt bin ich nicht verraten. Das ist das, was ich nicht verraten habe. Das ist nicht nur der Schaub. Ich kann auch die Schaub. Ich kann auch die Schaub. Ich kann schon mal die Schaub. Das ist das, was ich Athenspalter. Halt hier! Okay, Mr. Tsukonga, das ist ein Drangloid. Das war's für heute. Ich bin unbesiegbar! Du bist der Zug und wir vermichten! Gehen wir alles essen, wenn wir mit dem Vernigten fertig sind? So, jetzt! Sie vernichten! Sein Zufall ist zurück! Das einzige Hobby vom Sein Zufall ist, an deinen Schmerzen zurück! Ich bin unbesiegbar! Ich bin unbesiegbar! Ich bin unbesiegbar! Das war's für mich. Ich bin verletzt. Wunderschön, was? Künstliche Supernoten. Die Idee kam, als ich im Gefängnis verratet bin. Direkt in euren Augen. Sei so konnotiert. Künstliche Supernoten. Kennst du meinen Protonspalter schon? Werde ich dir persönlich... Nein, das ist unmöglich. Ich werde dich gegen dich verlieren. Ah, die Kraft des Zwergsterns. Ah, das ist alles in Brustschuld. Ja, das ist alles in Brustschuld. Ja, Gott. Cool! Ja. Das wird am Molten im Systemalaktrischen Schutzpunkt... Jetzt werde ich dich halbieren! Jetzt wirst du ausgelöscht! Halt still! Jetzt wirst du ausgelöscht! Jetzt wirst du ausgelöscht! Jetzt wirst du ausgelöscht! Schön war's? Künstliche Superloof! Wie kam ihr, als ich im Gefängnis verraten bin? Jetzt wirst du ausgelöscht! 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 Oh! Ich bin ausgelöscht! Dann wirst du ausgelöscht! Oh! 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 Ho! Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du hättest Dreads Gesicht sehen sollen, als ich ihn in ein Schaaf verwandelt habe. Der Trottel hat echt geglaubt, dass er das Sack der Kaffee sollt. Deine Seite oben geht. Bleib so konnetiert. Bleib so konnetiert. Ich bin hier verabredet, dass die Heizverlichten. Oben kann ein bißchen was schmecken. Und du! Ich brauche Trink-Nanothek. Ich brauche Trink, gut zu den Klebervind НА und umporneDonald Greg der Falle bleiben. Halt zu Liam! Nein, ich muss begreifen. Die Kraft des Zwergstellens. Das brauchst du doch nicht. Das ändert gar nichts. Ich bin nie getröntgt. Das ist was kraftlos. Oh, wie eine schöne Sanofit. Bevor ich dich fertig mache. Oh, wie eine schöne Sanofit. Oh, wie eine schöne Sanofit. Oh, wie eine schöne Sanofit. Wunderschön, was? Künstliche Suppe!